Mein Name ist Anastar Babo, ich bin 24 Jahre alt und ich lebe seit vier Jahren in Deutschland. Zurzeit mache ich meine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement bei Börner Engelheim. Der Sport hat in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Schon in Syrien bin ich geschwommen oder Fahrrad gefahren oder gelaufen und irgendwann bin ich auf Kriathlon umgestiegen. Hier in Deutschland bin ich Mitglied im LCB und trainiere mehrmals pro Woche im Team oder auch alleine. Und die Sportler haben mich im Verein sehr gut aufgenommen. Ich bin gerade im ersten Lehrjahr. Während meiner Ausbildung arbeite ich in verschiedenen Abteilungen, zum Beispiel in Marketing, Controlling oder Tiergesundheit. Ich habe die Geschichte meiner Flucht als PowerPoint-Präsentation vorbereitet und präsentiere sie regelmäßig in Börner Engelheim. Es macht mir Spaß, auch hier den Jugendlichen zu vermitteln, wie so eine Flucht aussieht und wie sie sich anfühlt. Als ich nach Deutschland kam, habe ich in einer Pension mit Restaurant gewohnt und mich mit der Besitzerin angefreundet. Hier habe ich meine ersten Deutschkenntnisse gesammelt und bei einem Weinfest habe ich surisches Essen gekocht. So konnte ich in Deutschland ein Stück meiner Heimat zeigen. Ich will Azubistar 2018 werden. Bitte stimmen Sie für mich ab.